Hey, hey, sind Sie da schicken, dass das dir recht weg ist? Ruland Wiesnäcker ist der Fürsorger nach einer wahren Geschichte. Wenn ich will, dann bin ich reich. Und wie geht das genau? Ich habe eben diesen Geheimcode. Oh, es ist wohl nicht gerade üblich, sein Geld beim Fürsorger anzulegen. Habe ich recht? Vollkommen recht, ein Gemeinspräsident. Entweder die Schlampe oder Conny und ich. Und jetzt gute Nacht. Die Autonspolizei, nehmen Sie bitte mit. Gar nicht mehr, das nicht. Nicht, dass ich wüsste. Es handelt sich sicher um ein Missverständnis, aber... Egal, welche Wendung sein Lebensweg noch nehmen sollte, es blieb ein unverwechselbarer Weg. Bist du auch das in euer Beppu? Du musst mir etwas versprechen, dass du mich nie, niemals belügst oder betrügst. Aber nur, wenn man deinen Trick verraten ist. Ah, mit den Frauen. Wie machst du das? Ich kann berühren, das bringt sie um den Verstand. Wisst ihr eigentlich, wer vor euch steht? Eben nicht. Demnächst im Kino.